ja ich habe mich vergessen ja und das hat natürlich noch einer dabei ist vielleicht können wir sogar von oben die tante der meier machen das wäre super sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut dann bin ich schon wieder bereit für den nächsten boss kampf hier ich habe so das gefühl der wird mich mal wieder so der wasser weg klatschen ich habe angst ich habe einfach angst scheiße na gut mal ausrüsten hier ja definitiv wollen wir bei dem weitermachen ja machen wir bei dem weiter machen wir bei dem weiter sehr gut bin sehr zufrieden damit sehr sehr stark das der parade auch am start ist ich auch noch köstlich möchtlich das wird das kann jetzt wieder lustig werden ich habe nichts zu antworten zu kultur der ist zu gestern grüß es war unik jang was spread the dubious elixir across the land was it not i have much to attend to who dares to disturb me greetings it was unik jang who spread the dubious elixir across the land was it not okay mit schatten doppelgänger und alles drum und dran oh oh geil geil sehr geil auftritt sehr geil auftritt auch mal den jetzt sicher okay ich bin mal eh bleibt sie mal ruhig da bleibt sie mal ruhig genau das ist dann wieder mein problem oder wieder so viel auf einmal ist was vorher wenn möglich wenn möglich machen wieder mein feuer fähigkeit dann klatsch ich wenigstens den ein oder anderen schneller weg meine scheiß verfickte ausdauerleiste ist so dermaßen vor ich bin ja auch immerhin einer weniger einer weniger einer weniger der hat mich aber schön gekriegt muss ich aber schon sagen hat mich schön gekriegt oh das ist sogar der richtige dann schaut er das an dann schaut er das an das war sogar der richtige das war ich bin mal ein bisschen meine scheiße ausdauerleiste ständig ja das schmeckt ja wenigstens einer wenigstens wieder einmal gott zu gott zu danken der havre ist auch schon extrem broken also der ist jetzt wieder geheilt worden wow die können sich auch noch wieder gegenseitig heilen ja 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 man sehr gut ja danke es kann lustig werden wird helfen wir mal ganz kurz bitte danke hava los mit der havre in der uhr bist du deppert bist du deppert bist du deppert leck mich am arsch leck mich am arsch eure komplette überforderung mit so vielen verschiedenen gegner gleichzeitig bin ich schon überfordert wenn es nur drei sind hava das ist mal ein missgebot auf eine andere stufe wer sagt einmal ich bin ein missgebot auf eine andere stufe aber sowas von voller ist er ja voitschubsel ist überhaupt keine herausforderung als einzelner kann nur scheißen geh machen wir sicher jetzt aber den hier ja haha machen wir keinen doppelten machen wir gern doppelten aber eine sicher ja 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 ich hoffe dass er nicht noch mal liegen zu den schatten doppelgänger der er kriegt das wird super nie nie gib er da ja gibst du gibst du aber ja ja man muss wieder nur aufpassen auf die anderen aber sonst ist alles ok sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut auch ein bissel mit leben und alles bombe bin nur ein bissel zu voreilig ich bin definitiv ein bissel zu voreilig aber sonst passt sie wieder einer weniger jetzt soll der voll easy geh weg von mir du geh weg wenn möglich ach kann ich nicht mehr zurückholen dementsprechend scheiß drauf aha aha kiebe weiter wenn er schon am boden ist kiebe am fix doch mal den hier nicht noch mehr ah waga ah waga fiegt sich fiegt sich fiegt sich ha waga ja nee 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 legt mir Arschlo komm leg's komm ja 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 geschossen wie es mich einfach mal verfolgt hat ein scheißdreck geil das ja ja du bist es ja eh schon ja Prost gib er Ruhe da ja und da nur währenddessen super ist ja eh schon fast weggeklatschen und dann gehen sie wir trotzdem auf so einen Schlag mal wie er ihm immer anvisiert den richtigen interessiert das original nicht das original ist schmutz das original ist einfach schmutz ui das hat mir jetzt gebraucht nix gehört schon mir gehört schon mir kannst du schon scheißen gehen mhm 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 locker kriegen aha 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 next bitte danke das geile was ich sogar zu dem kampf finde du bist gleich von anfang an so dermaßen überfordert weil es so viele gegen auf einmal da sind aber ist nicht so wirklich so schlimm war dann noch nicht noch einer ich meine war noch einer ah eh ah eh ah eh viel zu wissen legt meinen Arsch oder warte voll ah schon wieder fickt deine mutter oder es kann nicht euer scheiß ernst sein jedes mal es wird so ein wichtiger angriff es wird so ein wichtiger angriff und so hoch naja fickt deine mutter weiter scheiß auf deine scheiß missgeburten mutter wah auch noch so kurz davor es hat soo gut begonnen es hat richtig richtig gut begonnen die runde nee da muss natürlich dann wieder irgendwas kommen was mich komplett raus kickt nee so ein schmutz wenn mehrere da sind jedes mal die gleiche verbringste missgeburten fähigkeit dass mich wieder mal weg klatscht dass mich wieder mal weg klatscht dass mich wieder mal weg klatscht fuck fuck ah fickt deine mutter oder nee ist wieder so eine missgeburten hafter gegner oder nee nee ach komm her da mit deine scheiß 20 verlutschten missgeburten arschlöcher komm her da die machen wir gleich den hier da ne ja genau er macht gleich kombi wann er ist rum und dran ja genau ich bin schon wieder von null auf hundert. Der Havara ist auch zu nichts zu gebrauchen, eh klar, Klassiker. Das ist wieder der falsche Kandidat. Heilung Havara, Heilung, aufpassen. Nächster Kandidat, bitte, danke. So, nächster Kandidat, bitte, danke. Nee, 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 nee. Dankeschön, servus Christus, servus Pelit, wie geht's denn so? Ja, ob er, ob er, ob er, ob er, na, noch nicht, jetzt, jetzt ob er. Wie? Mich würde es jetzt aber wirklich interessieren, das wäre eine Theorie, das wäre jetzt aber wirklich eine Theorie. Naja, wenn ich, wenn ich es hätte jetzt machen können. Scheiße. Das hätte mich jetzt interessiert. Na, da muss ich alle wegklatschen. Da muss ich alle wegklatschen bei der Theorie. Wow! Ha, 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 das war knapp. Das war extrem knapp. Immerhin, klappt er wenigstens ein bisschen länger. Und jedes Mal kriegt er mich mit der Fähigkeit. Juckenapur, Lena, endlich! Bis dahin, sowas fähig gewesen. Warte, mach dir Feuer. Tschüss. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Alter! Alles weggeklatscht! Der hat einfach... Der... Der hat einfach mal alles weggeklatscht. Digga! Digga! Fick deine Mutter! Nee! Nee! Gar kein Bock mehr! Ha, waga! Boah! Ich habe so das Gefühl, dass jede Runde immer schlimmer und schlimmer wird. Scheiß Blitze, Alter! Scheiß Blitze, Alter! Nee, ist der Richtige. Boah! Boah! Ernsthaft! Boah! Boah! Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Immerhin! Immerhin! Alter! Ich bin da gerade sehr beschäftigt mit ihm zu einem Schatten-Doppelgänger von dir, gell! Also leg mir mal! Womit er die ganze Zeit attackiert, Alter, der Hund! Was ist der Missgeburt? Was ist der Missgeburt, was es gibt? Mach Heilung! Ja! 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 Gott sei Dank! Gott sei Dank! So! Nächster Kandidat, bitte! Ich bin schwerst beschäftigt! Keine Rote-Fähigkeit! Keine Rote-Fähigkeit! Next! Wo ist der nächste Kandidat? Ah, da ist das original Schösser! Das ist originale Scheiße. Haha, jetzt habe ich am. Jetzt kann er scheißen gehen. Die Flamme, wichtig. Er teleportiert sich normalerweise ekel weg. Der scheiß Wut. Jetzt wird dein Warnpumpen, fick deine Mutter. Hier wird nichts. Hier wird gar nichts gemacht. Dann scheißen gehen, Alter. Gut, 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 gut. Wenigstens, wenigstens den Ahnen. Wenigstens den Ahnen will. Hoppa. Ah, scheiß drauf, ich nehme mir mit einem anderen. Scheiß Blitze, Alter. Diese scheiß Blitze. Das ist nicht normal. Oha. Aber kann ich nicht attackieren. Kann ich einfach mal nicht attackieren mit einer Spezialfähigkeit. Scheiße. Aha. Alter, wie viele Pizze willst du noch auf mich drauf klatschen? Ha, Waga. Bitte danke. Bitte danke. Next. Komm her da. Ein bisschen her. Ja, genau. Wow. Aha. Verdienst. Verdienst. Komm her da jetzt. Einmal. Zwei Mal. Komm, 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 komm. Ist nicht mehr viel. Da ist das Original. Das Original kann jetzt mal die, dem sie scheißen gehen. Ich sehe jetzt aber nämlich ein bisschen Leben. Er macht sowieso wieder Schatten-Doppelgänge. Das ist eh klar. Ich bin jetzt ungeduldig. Gerade gegen ihr. Fuck. Das ist ein Scheiß-Blitz. Dieser Scheiß-Blitz. Havara. Das ist ein Scheiß-Blitz. Jedes Mal. So eine gute Runde. Das ist ja ein Scheiß-Blitz. Nee. Nee. Und der Burne hilft auch überhaupt nicht. Ja, Blitz. Blitz auf deine Mutter, Alter. Kann ich nicht irgendwie Blitz-Resistenz haben oder irgendwas? Das sei mir nicht hab. Aber das geht mir ja voll aufs Ohr schrocken. Ich muss dich fast bei jedem Angriff immer wieder ausweichen und dann wieder. Gar keinen Bock. Ja, wieder einer weniger. Sehr gut. Next. Ja, kommst du, kommst du, kommst du. Gibst du, gibst du. Deinen Scheiß-Blitz kannst du sonst wo hinschieben, Alter. Auf deine Mutter oder irgendwas. Keine Ahnung. Der fickt sich sicher gegenseitig mit seinen Scheiß-Shuttle-Doppelgängen. 100%. Kann er einfach mal ausweichen? Ja, genau. Plötzlich kann er das. Alles klar. Gibst du. Ja, jetzt gib her, Alter. Nächster. Wo bist du? Da bist du. Das ist der nächste Kandidat. Lass mich mal angreifen, du Arschloch. Du. Heilung, 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 Havara, Heilung. Ja, jetzt hab ich verpackt mit Doppelheilung. Nicht normal. Einfach nicht normal. Das ist so ein Wichser, der Gegner. Und wenn's Becher ist, Alter, bist du sogar noch zu langsam, Alter. Und der macht wieder Schatten-Doppelgänger. Kann nicht dein Ernst sein. Mach Feuer, mach Feuer. Oder auch nicht. Nicht wirst. Gott sei Dank. Vielleicht ein bisschen Blitz. Ja, damit der Scheißen geht kann. Potenziell. Ach komm, mein, eh schon wieder Schatten-Doppelgänger. Wie leih, Mann. Super. Super. Voll geil. Aber nein, da haben wir die Höfen besiegt gehabt und schon Schatten-Doppelgänger. Gibt's ja nicht. Schon wieder so eine, die was mich bricht. Wieso geht dieser Scheiß-Ausweichen nicht? Seiner Scheiß-Verfügten-Höllmutter, Alter. Na. Wenn's wirklich wichtig ist, kann der Bray-Eifer mal nicht ausweichen. Juhu. Wieso tust du ständig den Scheiß-Wixer anvisieren? Ich will den Wixer nicht sehen. Das ist so scheißegal. Wir machen die Runde eh nicht fertig. Ich kann eh schon mal ergehen. Leck mich, Morsche. Die Hesli sind alle kaum kürzend. Komm her, die Scheiß-Blitzwerfen! Bombe! Bombe, Digi! Bombe! Fickts euch! Doppelt! Doppelt! Ohne Spaß! Really! Really! Nee! 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 Boah! Nee! Einfach nur nein! Nein! Boah! Ha! Warte! Ugh.